Hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde, willkommen auf Fußball4Fans. Ja, heute müsst ihr die Fußballer erraten, die schneller sind. Erste Bundesliga gegen Zweite Bundesliga. Kannst du alle Fußballer erraten? Dann viel Spaß mit dem Bundesliga-Quiz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, liebe Fußballfreunde, hat es euch Spaß gemacht. Dann danke ich euch schon mal für ein Like und für ein Abo für Fußball4Fans. Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Dann viel Spaß noch auf Fußball4Fans. Tschüss.